So, willkommen zurück zu Dust in Helysian Tail und wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem ersten Bossfight. Schätze ich mal. Zumindest hat es beim letzten Mal so gewirkt. Das sind Häschen. Kein Problem. Kein Problem. Ich denke, ich kann es anordnen. Das denke ich auch. Oh, wir müssen uns mal heilen. Ui. Okay. Ähm, Inventar. Ich bin, ich bin voll der Pro. Ich zeige alles, was ich gelernt habe. Wo kann ich mein Heilzeug einstellen? Ah, hier. So. Hahaha, das war ja kein Problem. Wie? Da kommen noch mehr? Scheiße. Alter, was machen die für ein Damage? Ich hätte vielleicht doch was auf Rüstung nehmen sollen. Au. Hallo. Blitze, Blitze sind unfair. Huh. So. So. Hahaha, kein Problem. Ist das alles? Haben wir alle davon? Ja, ich denke, das ist es. Nein, da kommen noch zehn andere. Ich habe noch ein Damage. Du hast dich selbst ein wertvoller Schwertzmeister. Und nichts zu schnell. Bah. Sie waren nicht so hart. Ich könnte wahrscheinlich noch vier oder fünf davon nehmen. Du weißt, wenn ich hätte. Und das war es da. Oh, danke dir so viel. Ich denke, du weißt, was dich. Ich weiß nicht. Wir waren hier, um zu schauen, dass die Flöten, wenn diese Gäste attack waren. Wir haben viele Probleme mit kleineren Geist, aber das ist die erste Mal, dass ein Gäste gekommen ist, dass ein Gäste gekommen ist, dass ein Gäste gekommen ist. Dann ist der erste Schritt auf deiner Reise nahe ihren Enddust. Die Stadt liegt kurz vor. Ja, wir sind gekommen, und das ist großartig. Aber was jetzt? Das hat mir noch nicht erklärt. Diese Leute sind sicher, und das ist, was wichtig ist. Lass uns weitergehen. Ein wahrer Held sollte immer Leute retten. Ja, ich brauche nur einen Moment, um zu resten. Ich bin nicht sicher, wie du es getan hast, aber du hattest drei Giants einzigartig. Nicht ein Problem. Das ist das, was wir tun. Wir bringen Justiz zu den Weakten und Defenselissen. Hey, wer kenne dich Weak? Ich muss jetzt erstmal nach rechts. Wer mehr Angriffskraft hat, braucht keine Verteidigung. Das ist mein Motto. Kapitel 1. Schicksal. Und hier wären wir. Eine Stadt. Heruntergekommen und... Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich sieht es gut aus hier. Ich finde es doch hübsch. Du hast eine neue Region entdeckt. Ui, und ich habe Hasen zersprungen. Was holt ihr denn? Was holt ihr denn? Ich höre nichts. Da habe ich kaputt gone. Wenn du an die Giants faszinierst, dann habe ich sie geholfen. Sie sind tot? Ja. Sie wurden zuerst öffnet. Sie waren für uns nicht. Es ist ein älteres Paar da, der könnte etwas Hilfe benutzen. Das hätte wohl Oneida und mein Mann, Gihan. Danke. Wir senden sofort Hilfe. Also, du sagst, dass du gerade auf der richtige Zeit gekommen bist, oder? Ich denke. Interessante Coincidence. Wenn du sagst, dass ich etwas mit diesem Angriff tun habe... Sie sind so klein. Woh, 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 woh. Ich muss mich aufmerksam, für meinen großen Freund Kalem hier. Wir sind nur ein bisschen überrascht. Was ist hier passiert? Ich denke, dass du die endless hordes von blödlösen Mönster in deinen Weg in hast? Sie sind schon in den Mordern, entfernt von der Stadt. Jetzt sind sie uns auf jeden Tag. Keine Person noch nicht. Noch nicht, zumindest nicht bis heute. Wir sind auf dem Selbstschönungskurs. Wir sind Prospektoren. Und wir sind auf eine Exkavation. Um zu finden, Or-Depositen. In den Mordern. Du weißt, Gold, Silber, um, Manga Knight? Prospektoren, eh? Ich hab' mich schwert. Wie du gesagt hast, es gibt viele Mönster. Na, wir sind für dich entdeckt, also geh' weiter. Aber ich hab' die zwei von dir. Ich spart' mich am Auge. mach' dich zu Hause. Mein Name ist Bean. Es gibt nicht viel hier, aber wir haben einen Mönster. Wenn du Suppe brauchst, das ist der ausgewachsene Fallwilder Mauswanderer, glaub' ich. Er hätt's gar nicht Bean. Cardam und Bean. So. Hey! Prospektoren? Fidget? Das war die beste Sache, die du mit dir warst? Es war die erste Sache, die in meine Hand. Es ist nicht so, dass du etwas besser hast. Komm' mal, wir gehen von diesen Garten. Alles klar, Ara. Wo jetzt? Du bist genau, wo du musst. Die Antwort auf deine Identität liegen irgendwo in dieser Stadt. Ich weiß diesen Ort, und das ist sicher. Ich bin sicher, dass ich hier vorhin bin, aber niemand scheint mich zu erinnern. Und natürlich fängt's dabei an zu pissen. Und natürlich, wie gesagt, natürlich regnet, spielen wir hier Minecraft, oder was, ey? Scheiß. So, als er erzählt, äh, was für die Einwohner von O, vielleicht bekommst du jetzt von ihnen ein paar Antworten. Okay, du hast eine Mission für mich. Lass hören. Also, there. I'm always thrilled to see a new face, even when it's all covered up like yours. Indeed. Well, my name is Dust, and this is Fidget. Hiya! Don't mind Mr. Grumpy. He's not big on the whole eye contact day. Fidget and Dust, eh? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But, this is a nice little place. If you're not in a hurry. Ah, where are my manners? I'm Augustin, local strongman. Say, you wanna arm wrestle? Uh, some other time perhaps. We're just passing through. Ah, that's a shame. Thought you look like the arm wrestling type. You know, I heard what you did back there, Brunida. Great stuff. Maybe we can help each other out? Maybe. What did you have in mind? I have an old friend. A blacksmith. Lives way up at the top of Archer's Pass. I promised I'd deliver some materials to him way back when, but haven't been up that way in ages. Gary is pretty dangerous these days if you ask me. Maybe you could deliver them for me? Tell you what. If you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials, he'll set you on your way right quick. A blacksmith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up on that, Augustin. Wow, that's great. I knew I could count on you. When you see him, just tell him, that old Augustin says hello. Okay. Okay. So, wo muss ich dafür hin? Okay. Wie komm ich zum Schützenpass? Hey, yo! Jess? Uh, guten Morgen. Hm. Es regn's nicht. Ja, klar, es regn's nicht mehr. Well, ich denke... Er gewöhnt, wunderbar. Vielleicht kannst du gewöhnen, dass ich wirklich nicht mit so einem Dribbel sprechen möchte. Geh, schau auf und lass mich sein. So, Zunderklinge. Das klingt voll gut. Das klingt nicht nur gut, das ist auch gut. Was hast du für mich? Hallo, ich glaube nicht, dass ich dich vorher gesehen habe. Ich habe gerade aus dem Westen. Ah, also du bist derjenige, den alle reden. Alle reden reden? Natürlich, du bist derjenige, der Onida saved hat. Mein Name ist Moska und ich bin bei deinem Service. Wenn du nichts brauchst, lass mich wissen. Wie bist du? Bist du lange? Ich weiß nicht, warum fragst du? Na, wenn du dich immer nach links der Stadt findest, Vielleicht kannst du mir wissen, ob die Straßen sicher sind? Oh, sie sind weit von sicher. Die Stadtgäuern erwähnt, dass die Monstern attacken auf alle Seiten der Stadt. Du bist besser auf in den Städten, für jetzt. Okay. 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 Ich werde sie wissen, dass du über sie denkst. Oh, vielen Dank. Du bist großartig. Du bist wirklich, wirklich großartig. Du bist großartig. Aber natürlich, Kollege. Mach dir da mal nicht ins Hemd. Der Papa Balas, der hilft dir. Hier ist eine Kiste. Links, links, unten. Okay, hier haben wir eine Mine gefunden. Hm. War da irgendwas tolles drin? Eine Kiste. Ja, komm. Hast du das gesehen, Reed? Du bist perfekt. Natürlich. Danke. Nicht dir. Hörst du. Hörst du. Hörst du es? Hörst du es, die Schäuze in der Kiste? In der Kiste? Meine Kiste. Ich... Ich höre nichts. Natürlich nicht. Meine Kiste hat verloren. Niemand sollte es verloren haben. Vielleicht war es der Moschka-Fellow. Er ist immer von mir aus meiner Sicht. Er ist immer von mir. Er ist wie, dass er etwas schüttet. Wahrscheinlich seine Kiste ist für deine Schäuze. Ich kann es hören, seine Schäuze kommen von unten. Hörst du. Hörst du. Hörst du. Hörst du. Hörst du, bitte. Du musst meine Kiste. Hörst du es einmalig. Und was du machst, nicht die Kiste. Okay, Reed. Wenn ich deine Kiste unter der Kiste finde, werde ich sicher, dass du zurückkriegst. Okay. War das die hier? Reed's Kiste. Okay. Ich glaube, das ist sie nicht. Ich hoffe, das ist sie nicht. Oh, ich habe Zimtgebäck gefunden. Und einen blauen Pilz. Und ich habe mich verliebt. Du bist ein ruhiger Typ. Das ist egal. Das ist egal. Du musst ihn entschuldigen. Er ist ein bisschen entschuldigt. 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 Oh, ja. Ja. Na gut. Na gut. Na gut. Sie werden einfach zurückkommen. Ich... Und es gibt nichts, was wir tun können. Entschuldigung. Hey, Ginger. Ich habe mich nicht erwähnt. Mein Name ist Dust. Und mein Freund hier ist Fidget. Hallo, wiederum. Who cares? Dust? Wirklich? Ist etwas falsch? Nein, ich bin entschuldigt. Es ist einfach ein interessanter Name. Ich bin Ginger. Oh, und über die Leute, die du sagst? Ja. Na gut. Na gut. Das war ein nobeles Ding zu tun. Also danke dir. So, dafür kriegen wir erstmal ein Ring. Ein Ring, sie zu knechten. Ja, der für einige Goldstücke wert ist. Oder halt für sowas. So, wir hatten noch ein Level ab. Da nehmen wir diesmal... Nein, ich kann nicht nur die Verteidigung nehmen. Äh, die Angriff nehmen. So. Komm, wir nehmen da. So. Wir gehen einfach mal weiter. Wir finden bestimmt schon irgendwas, wo wir hin müssen. Huh? Sie ist ein... Ziemlich, oder? Nicht wirklich. Eine Gratitude hätte wohl schön gewesen. Welcher Art von Brat... Hey, Eza, auf die Karte. Sie sahen, als wäre sie ziemlich enttäuscht. Ich... Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Ich bin sorry, Fidget. Ich... Ich weiß nicht, was mir vor mir kam. Komm, wir gehen weiter. Tja, du hast... Hier kann man echt nirgendwo hingehen. Oh, hier gibt's was zu essen. Ich will essen. Ah! Unser weinbarer Savior. Ich habe erwartet, dass du kommen würdest. Willkommen zu meinem humblen Shop. Zu meinem humblen Shop. Chaldul-Bal-Baggie. Das klingt irgendwie nicht sehr lecker. Alter Wetzstein. Schlüssel kosten 3000 Gold. Ich will mich doch verarschen. So, das auch einmal... den Wiesenkern. Okay. Huch. Du weinigst uns mit deinem Patronage. Bitte, erzähl deine Freunde. Deine reichen. Deine reichen. Deine reichen. Okay, ich werde es meinen all meinen reichen Freunden erzählen. Also. Hallo reiche Freunde. Bitte kommt zu dem da und da zum Einkaufen. Oh, was willst du denn? Alle wollen sie was von mir. Du bist neu. Sind Sie Reiseleiter? Vielleicht kannst du mir helfen? Ich kann nicht meinen kleinen Bruder Corbin finden. Er hat in einem Stadt? Nein, er ist nicht hier. Ich kann ihn nicht finden. Ich kann ihn nicht finden. Und ich habe wirklich überall gesehen. Keine Angst. Ich werde ihn auf. Was ist dein Name? Mein Name ist Colleen. Oh, ich frage mich, ob er hat den Bruder. Er kann mich schrauben. Ich kann ihn schrauben. Schrauben dich, Colleen. Ich schaue ihn auf. Wo hast du ihn damals gesehen? Ich glaube, dass er etwas für Herrn Gianni macht. Aber wenn ich ihn über Corbin fragen, er sagt, dass er zu viel. Ich mag ihn wirklich nicht. Gianni. Gianni, hm? Okay. Warte hier. Kannst du Corbin finden? Bitte bring ihn nach Hause. Ich bin wirklich über ihn. Okay, hier oben haben wir noch eine Kiste. So, die können wir aufmachen. Zack. So, zack. Einmal das aufsammeln. Und ich würde aber sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Denn jetzt haben wir ja einen Bossfight gehabt und ein bisschen die Stadt erforscht. Laufen hier in den Keller runter. Und hey, passenderweise ist hier direkt ein Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann diesen Zettel beim nächsten Mal an. Bis dahin, Leute. Tschaui.